Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor ungefähr zwei Monaten, Anfang Dezember, wurde die neue U-Bahn-Haltestelle an den Elbbrücken eröffnet. Ein spektakulärer Bau, ein grandioses Glasdach. Der Bau wurde rechtzeitig fertig und der wurde sogar 30 Millionen günstiger als veranschlagt. Vielen Dank. Vielen Dank. Und genau das ist der Weg, den wir auch gehen müssen, wenn wir neue Stadtteile erschließen. Wir diskutieren das in Oberbilwerder und genau auch in der Hamburger Innenstadt im kleinen Grasbrug müssen wir so vorgehen, wenn wir den kleinen Grasbrug für Wohnbebauung, zum Arbeiten, aber auch für qualitativ hochwertige Aufenthaltsräume erschließen wollen. Denn dieser kleine Grasbrug, das wird ein faszinierender Stadtteil. Er wird die Entwicklung Hamburgs in den 20er Jahren prägen. Er ist city-nah, er hat einen Wasseranschluss und hat damit genau das Potenzial, ein atemberaubender neuer Ort zu werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genau heute schon sagen, wir planen, wir nehmen Geld in die Hand und planen die Mobilität in diesem Stadtteil und gucken, wie wir die U4 am besten auf den kleinen Grasbrug verlängern. Was uns wichtig ist, ist, dass wir beim ÖPNV nicht halten machen, sondern dass wir sagen, wir brauchen ein umfassendes, gutes Mobilitätskonzept und wir brauchen ein Konzept, das gerade den Umweltverbund stärkt. Und wir wollen deswegen neben dem Anschluss der U4 des kleinen Grasbrugs auch den Radverkehr berücksichtigen. Der kleine Grasbrug wird ein Stadtteil sein, in dem man in guten 15 Radminuten in der Innenstadt ist und auch an vielen anderen Orten in Hamburg. Und deswegen wollen wir nicht nur gucken, wie kriegen wir es hin, die U-Bahn gut auf den kleinen Grasbrug zu bringen, sondern wie kriegen wir es auch hin, mit dem Fahrrad den Sprung über die Elbe zu wagen und dann eben auch weiter auf die Elbinsel nach Vettel, nach Wilhelmsburg, nach Harburg zu kommen. Meine Damen und Herren, ein neuer Stadtteil braucht einen modernen ÖPNV und braucht eine gute Infrastruktur fürs Zu-Fuß-Gehen, aber eben auch fürs Radfahren. Heute wollen wir die Grundlage dafür bilden, den kleinen Grasbrug so zu entwickeln. Und dafür bitte ich um Ihre Unterstützung. Und weil ich eben noch eine Minute hatte, bevor Sie die wieder auf Null gestellt haben, die Uhr, möchte ich noch ein Wort zu dem FDP-Antrag sagen. Wir werden den Antrag überweisen in den Verkehrsausschuss. Natürlich ist es so, dass eine U4, die auf dem kleinen Grasbrug endet, so enden muss, dass man weiterkommt. Denn das Ziel ist doch klar. Vettel ist dort, Wilhelmsburg, Harburg und die Probleme, die wir dort haben, sind auch bekannt. Doch ist es auch so, dass wir nicht alles auf einmal machen können. Wir müssen gucken, welche personellen Kapazitäten haben wir, welche finanziellen Kapazitäten haben wir. Und wir müssen genau schauen, welche Parameter müssen wir jetzt festlegen, wenn wir die Station auf dem kleinen Grasbrug bauen. Und was können wir wann machen? Und das sollten wir im Verkehrsausschuss diskutieren. Vielen Dank.